Der Tag in Hessen, ein Podcast des hessischen Rundfunks. Mit Roman Janik, heute am Montag unter anderem mit diesen Themen. Hessischer Gründerpreis in Offenbach, Café Service 24 aus Dreieich, heißer Kandidat für das Siegertreppchen. In Offenbach wird heute der Hessische Gründerpreis 2012 vergeben. 90 Bewerber gab es zu Anfang, 9 sind ins Finale gekommen. Unter ihnen eine Firma aus Dreieich im Landkreis Offenbach. Café Service 24 heißt sie und bietet alles rund um die schwarze Bohne an. Mit diesem Geschäftskonzept war es am Anfang nicht einfach, sich auf dem Markt zu etablieren. Mittlerweile hat man das aber geschafft. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass weitere Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Und als Krönung sozusagen könnte heute der Preis dazu kommen. Raphael Stübig berichtet. Kaffee ist laut Statistik das beliebteste Getränk der Deutschen. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 150 Litern im Jahr liegt der Bohnentrunk noch vor Mineralwasser und Bier. Das brachte Andreas Rollens, seinen Geschäftspartner Mike Weichert, vor Jahren auf ihre Geschäftsidee. Erst war die Idee, einen Büro-Kaffee-Service zu machen. Die Technik kam erst viel später, was trifft Vollautomaten und so. Und jetzt mittlerweile geht es halt viel auf Miete im Büro, Miete im Gastro, also das komplette Paket eigentlich. Kaffee Service 24, so heißt das Unternehmen aus Dreieich-Sprendlingen. Geschäftsmodell ist ein Voll-Service-Paket rund um die braune Bohne. Angefangen vom Kurzzeitverleih oder der Dauervermietung von Kaffeemaschinen über Zucker, Bohnen- und Milchlieferung bis hin zum Reparaturservice gibt es alles aus einer Hand. Also sie müssen auch selbst nicht bestellen, das heißt wir rufen einmal im Monat an, klären den Bedarf, dann wird der Kunde angefahren, beliefert und wenn es ein Mietkunde ist, wird sich auch direkt um die Maschine noch gekümmert. Also er muss im Prinzip gar nichts mehr tun, außer Kaffee trinken, jede Menge. Andreas Roll ist eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker, nun aber repariert und wartet der Kaffee-Automaten. Neben der Technikabteilung kümmert er sich auch noch um die Buchhaltung, der Geschäftspartner mehr um den Verkauf und den Vertrieb. Es war halt viel Akquise und durch Arbeitslosigkeit halt auch, keine Kredite, keine Bewilligung, dann die Genehmigung alle einholen und war schon schwer. Und richtig los ging es 2007, 2008. Einen Stamm von rund 1500 Kunden aus der Gastronomie und dem Bürobereich hat sich Kaffee-Service24 innerhalb weniger Jahre aufgebaut. Vor allem das Geschäft mit der Vermietung von Kaffee-Automaten für Messen und Veranstaltungen läuft dabei immer erfolgreicher. 100 Kilometer um Frankfurt rum ist eigentlich so das Einzuggebiet, was wir selbst beliefern noch und der Rest halt über Online-Job bundesweit. Und die Philosophie ist so, dass 24 Stunden nach dem Anruf dem Kunden spätestens geholfen wird und es gibt auch einen Notdienst für die Technik. Und das am Wochenende oder an Feiertagen ist es schon gewährleistet. Die Arbeit können Andreas Roll und sein Geschäftspartner schon längst nicht mehr alleine stemmen. Mittlerweile beschäftigen sie deshalb auch vier Festangestellte plus vier Minijobber. Wir haben die Büroangestellten, die sich halt um die ankommenden Anrufe kümmern. Und jetzt sind halt die Leute alle draußen, reparieren, liefern. Und wir selbst halt als Gesellschaft sind halt Springer. Wenn halt irgendwas fehlt, müssen wir halt mit ran. Die Geschäftsgründung aus der Arbeitslosigkeit heraus war ein mutiger Schritt, der sich nun aber immer mehr bezahlt macht und am Abend nun auch mit dem hessischen Gründerpreis 2012 belohnt werden könnte.